Wer zum Teufel sind Sie? Der Tod. Lachen Sie keine Scheiße, bitte! Bleibt in dem Wagen sitzen, sitzen bleiben! Setzt den Strom ab! Verlaubt doch mal, Charlie, du brauchst den Strom abzellen! Seid doch vernünftig, Leute! Verdammt der Scheiße, das hat uns gerade noch gefehlt! Keine Panik, Leute! Ich kenn Sie, ich kenn mir Gesichter gut merken. Du bist geil! Also, du wirst mir erzählen, was du in meiner Wohnung zu suchen hast. Er ist so ein Idiot, ich wünschte, dass er sich mal das Genick bräuchte. Hey, Sie da! Ich könnte Ihr Ende sehr schmerzhaft gestalten, oder? Ich gehe einfach wieder. Ich brauche nur einen Namen. Ich kann Ihnen aber keinen Namen geben. Ich kann wirklich sehr unangenehm werden. Wenn ich will, Mr. Corsi. Das kann ich auch. Wer sind Sie? Der Mann, der Ihnen eine Falle gestellt hat. Wieso? Ich kenne das Mädchen nicht. Ich kannte es. Er ist nicht drin. Der Wagen ist leer. Scheiße! Der Typ ist wahnsinnig! Bleib hier, du schwarze Hand! Großer Gott! Großer Gott! Ich bringe es hier um, ich habe es Ihnen gesagt. Ich habe Sie gewarnt. Ich tünne Sie!